Wo sind die Mietzekatzen? Da, werdet sie los. Ja, okay, hier ist alles volle Mietzekatzen plötzlich. Oh je. Ignorieren wir die Mietzekatzen für den Moment. Solange sie nicht bei unseren Kühen vorbeischauen können, weil wir eine Mauer dazwischen gezogen haben, ist alles in Ordnung. Apropos, ist hier oben. Alles sicher. Wieso? Das sieht nicht so aus, als wenn er wirklich Probleme hätte. Wo fangen wir an? Fangen wir an beim Hafen in Beirut. Unserem direktesten Nachbarn. Das Lagerhaus ist voll. Wie ihr wünscht. Komm mal nur zurück. Bauen wir das Lagerhaus erstmal aus. Auf höchste Stufe. Und geben mal ganz kurz zwei Geologen in Auftrag. Und dann müssen wir gleich prüfen, ob es hier oben noch einen Weg außenrum gibt, um die Mauer zu ignorieren. Auf euren Befehl. Jawohl. Schon unterwegs. Jawohl. Nein. Alles klar. Nein, gibt's nicht. Das ist gut. Jawohl. Ausbauen. Ausbauen. Ausgebaut. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Wir müssen etwas Holz loswerden für das Lagerhaus. Also bauen wir für diese Außenposten Palisaden. Ebenso für den hier oben. Gut. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ich bin hier, um euch zu helfen. Aber vielleicht könnt ihr mir auch behilflich sein. Gibt es irgendjemanden, der bei der Heilung der Seuche helfen könnte? Tut mir leid, aber ich habe meinen Kopf gerade ganz voll anders. Die Lage hier ist höchst explosiv. Die Leute sind krank und suchen einen Schuldigen. Ich sitze buchstäblich auf einem Pulverfass, das hier in meinem Tod gehen könnte. Wenn ihr auf der Suche nach jemandem seid, der weiß, wie man in dieser Pandemie Herr werden kann, versucht es auf dem Kloster. Die Mönche studieren altes Wissen. Vielleicht gibt es Aufzeichnungen über ähnliche Seuchen. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ja, gemessen daran, wie viele Seuchen regelmäßig einfach über die Seidenstraße kommen. Ich muss die Kranken-Siedler in Beirut heilen. Schauen wir im Kloster vorbei. Der ab das Kloster, der wacht mich. Hühner. Alles ist voller Hühner. Ich bin auf der Suche nach einem Heilmittel gegen die Seuche. Wisst ihr vielleicht, wie man diese Krankheit besiegen kann? Diese Krankheit, welche über die Seidenstraße eingeschüttet wurde? Natürlich. Haben wir schon Nachforschung getrieben. Dabei handelt es sich um ein sehr altes Virus. Es ist schon einmal vor langer Zeit aufgetreten. Habt ihr herausgefunden, wie man es bekämpft? In der Tat, das haben wir. Es gibt eine sehr seltene Pflanze, welche die Krankheit heilen kann. Aber wenn es uns gelingt, sie zu kultivieren, könnten wir ein Heilmittel für alle erstellen. Das wäre großartig. Wann könnt ihr beginnen? Das Problem ist die Seltenheit. Wir besitzen keine einzige Pflanze. Aber wir sollen in der Gegend wachsen. Wenn ihr sie findet, könnten wir versuchen, sie zu vermehren. Leider haben wir auch ein kleines Wasserproblem. Bösartige Algen haben unsere Oase verseucht. Zwar kann man das Wasser abkochen, aber für die Pflanzenaufzucht ist es ungeeignet. Ich besorge euch zuerst die Pflanzen. Sobald ich sie habe, überlegen wir, wie wir das Frischwasserproblem lösen können. Genau, damit die Pflanze hier sterben kann. Okay, wir haben schon ein paar von den Pflanzen gesehen. Ich muss nach den seltenen Pflanzen ausschalten. Allerdings befürchte ich, in der Nähe ist ein sehr dehnbarer Begriff. Also hier... Okay, das sind große Kräuter. Gehen wir aber zuallererst rüber zu den Kreuzfahrern. Und schauen uns an, warum die hier nicht betroffen sind. So, und... Klopf, klopf! Ich bitte um Einlass. Es heißt, Akon sei nicht von der Seuche betroffen. Wollt ihr uns in der Sinne guter Nachbarschaft verraten, wie euch das gelungen ist? Indem ihr sie niemanden reinlassen, würde ich schätzen. Ganz einfach, Mademoiselle. Über meine Mauer kommt nichts drüber. Auch kein Virus. Aber die Seuche kann man gewiss heilen, wenn man sich an der Ampulle sagotan in die Venen spritzt. Und nun geht. Ich muss die Kreuzfahrt dann wieder groß machen. Ach so. Oh, donna dieu top... Donna dieu topas, Donald Trump. Okay, fair. Fair. Okay. In Sahara waren wir noch nicht. Können wir über die Mauer drüber schauen, um zu sehen, ob da... Ob da jemand in Akon tatsächlich jedoch... Nein, da ist niemand krank bisher. Nun, wie lange kann es dauern, bis sie das wortwörtlich überhintragen? Aber niemanden reinzulassen, das verhindert durchaus schon eine Ansteckung. Man kann sich ja ohne weitere Sachen definieren, ohne weiteres ja Disinfektionsmittel in die Venen hauen. Mein Name ist Agatha Marple. Ich erbitte um eine Audienz-Baum-Schlosshalter. Ei, schon unterwegs. Ihr wollt mit mir sprechen? Nun, keine Scheu. Doch gebt acht, dass ihr euch nicht ansteckt. Hat Hakim Al-Aman tatsächlich auch das Virus gekriegt? Oder es ist einfach nur die ganze Bevölkerung, die einfach gekrankt ist? Schon unterwegs. Ich bin Agatha Marple und auf Befehl des Kalifen hier. Ich will euch bei dem Kampf gegen die Seuche unterstützen. Ich bin Hakim Al-Aman. Ich bedanke mich für euren Willen, uns zu helfen. Doch ohne ein Heilmittel wird diese Seuche niemals besiegt werden. Vielleicht solltet ihr die Wahnsinnigen in Akon fragen, warum sie nicht betroffen sind. Ich werde inzwischen hoffen und für meine Leute beten. Und für die Sicherheit und Gesundheit der bezaubernden Jasmin. Sie ist die schönste Frau der Welt. Und eines Tages wird ihr Herz mir gehören. Und der Kalif wird mir erlauben, sie zu heiraten. Ach, es ist Aladin. Verstehe. Ja, dann viel Glück dabei. Viel Spaß, Aladin. So, Pflanzen. Ich muss die Kranken-Siedler in Sahar heilen. Dann gehen wir Blumen pflücken. Verstanden. Schon unterwegs. Wir sind möglicherweise im falschen Territorium. Jawohl. So, wo haben wir die? Da haben wir Blumen. In der Nähe von Wasser halt. Logisch. Eine seltene Pflanze wurde gefunden. Zwei seltene Pflanzen wurden gefunden. Die Mauer zwischen die Kuhfarm und das Wasser zu setzen, war schon ein bisschen dreckig. Das ist gelbe Weg, das zu revidieren, indem wir die Mauer hier außenrum verziehen würden. Oder wir setzen hier einfach einen zweiten Brunnen hin. Das ist sehr schön für den Jäger. Kiste! Solange die nicht wütend auf uns sind oder irgendwas, sollten wir die Kisten mitgehen lassen. Außen gibt es hier wahrscheinlich noch eine Pflanze. Palling, Fisch. Noch eine Kiste. Palling, Getreide. Wir rauben euch nur ein bisschen aus. Außen haben wir die Pflanze gerade nebenbei gefunden, die hier irgendwo gewesen ist. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, da haben wir eure Blume, aber habt ihr noch eine Kiste hingewersteckt? Da ist eine Blume. Auf euren Befehl. Ei, wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Und da ist die fünfte Blume. Eine fehlt noch. Und wie es aussieht, ist die wahrscheinlich noch in unserem eigenen Gebiet. Aber können wir euch nicht weiter ausrauben? Habt ihr wirklich nichts mehr? Ihr habt doch bestimmt noch ein Hemd, das wir nehmen können. Na, scheinbar nicht. Schon unterwegs. Jawohl. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Auf euren Befehl. Einem Steinmetz fehlt zu abermals an Stein. Ein Steinbruch ist erschöpft. Und der Steinbruch ist erschöpft. Wo ist die Blume? Die haben unsere Mord draufgesetzt. Die Blume ist weg. Zu Atomen reduziert. Alles klar. Ei. Alles klar. Das Lagerhaus ist voll. Verstanden. Auf euren Befehl. Sehe sie nicht, aber wir wissen, dass sie hier irgendwo sein wird. Schon unterwegs. Jawohl. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Da war sie gerade, oder? Jawohl. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Verstanden. Schon unterwegs. Da sind sie. Speichere. Quicksafe. Speichern. Okay. Speichere mal das Spiel. Wie ihr wünscht. Wir haben die seltene Pflanze gefunden. Ich habe alle Pflanzen gefunden. Ich soll zu Muhamads Bericht erstatten und ihm Pflanzen bringen. Wie ihr wünscht. Dann gib Gummi. Ei. Sofort. Dann kümmern wir uns um die Wasserversorgung. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist voll. Wie erst wenn wir die Kirche ausbauen. Das löst das Problem auf jeden Fall. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Nein. Dann setzen wir uns einen Käser nach da hinten hin. Ich muss schon mal den Käse zu produzieren, den wir für den Aufstieg brauchen werden. Ich konnte genug seltene Halbpflanzen finden. Hier sind sie. Aber was machen wir wegen des Wasserproblems? Wäre es möglich, euch das benötigte Wasser ausgefüllt, angefüllten Fässern zu liefern? Damit ihr mit der Aufzucht beginnen könnt? Das könnte funktionieren. Doch wir würden eine hohe Menge an Wasser benötigen. Für den Moment können wir den Berg überbrücken, wie ihr vorschlagt. Aber später werden wir eine andere Lösung benötigen. Das Kind bekommen wir schon geschaukelt. Ich werde mich um das Wasser für die Aufzucht kümmern. Schon unterwegs. Auf eurem Gefehl. Wir benötigen Wasser, damit wir die Kräuter für den Bezin herzüchten können. Nimm Wasser. Ein Karren wurde ausgesandt. Das Lagerhaus ist voll. Und auf die Höhe zur Stufe bringen, bitte. Einfach direkt komplett ausbauen. Aus dem Dien ist ausgebaut. Dem Steinmetz fällt es an Stein. Jetzt dem anderen Steinmetz. Der ist auch ein Steinmangel. Dann hört auf, mich zu belästigen. Haben wir unsere Fischerhörten schon komplett ausgebaut? Ja, haben wir. Sehr gut. So, wir setzen den Räucherer noch nach hier hin. Dann können sich die Leute direkt Fischbrötchen zusammensetzen. Das wird ja auch schön sein. Das ging schnell. Die Lieferung von Ballruz wird schon bald wieder bereit für den Versand sein. Okay. Möntigen Wasser, damit wir die Kräuter für den Bezin herstellen können. Ironischerweise wäre es eine gute Idee gewesen, den Marktplatz soweit zu vergrößern. Aber wir machen es folgendermaßen. Das Lagerhaus ist voll. Wir setzen uns einen Brunnen an eine Stelle, wo wir Platz haben. Hier wäre es schön. Die solche in Bayern ist besiegt. Sie werden nun mit mir Handel treiben. Der Mönch errichtet nun eine Apotheke. Eine Eisenmine ist erschöpft. Ah, passt sie sogar. Nett. Ein Schiff hat angelegt. Das bringt Güter von weit her. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwägen. Bogenschützen. Gibt sie mir. Auf eurem Gefehl. Halbe Truppe sind gut genug für uns. Wir haben ein paar Löwen zu bereinigen. So, mit Hilfe dieses Brunnen können wir einfach sagen, so. Von wo hat der Wasserkarren... Okay, der ist einfach sofort losgegangen. Das Schiff wird den Hafen wieder verlassen. Sehr freundlich, mir Bescheid zu geben. Das Lagerhaus ist voll. Auf euren Befehl. Ei. Stürmt die Mauern. Die Lieferung für Sahar wird schon bald bereits für den Versand sein. Ei. Alles klar. Auf euren Befehl. Kämpft weiter. Würdigen, was damit wir Kräuter von Mützen herstellen können. Hol dir Wasser. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Ei. Verstanden. Ein Karren wurde ausgesandt. Eis. Wie ihr wünscht. Jawohl. Vorwärts. Das Lagerhaus ist voll. Vorwärts. Angriff. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Stürmt los. Direkt die ganzen Löwen loswerden. Bevor sie hier weiter anfangen, unser Gebiet hier zu stören. Wir können den ganzen fruchtbaren Boden später noch wunderbar für Getreide und für andere Sachen benutzen, die wir haben. Aber wenn die Löwen hier rumtanzen, dann ist das natürlich blöd. Verstanden. Die Seuche kriegen wir auf jeden Fall geheilt. Verstanden. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Die Lieferung von Damaskus wird schon bald bereit für den Versand sein. Schon unterwegs. Okay, Sahar wird jetzt gerade versorgt. Die Seuche in Sahar ist besiegt. Sie werden nun mit mir Handel treiben. Der Mönch errichtet nun eine Apotheke. Handelsposten dürfen wir. Das Lagerhaus ist voll. Nicht direkt. Aber wie ist es hier mit euch aus? Die Mönche werden uns mit uns Handel treiben, nicht wahr? Nein. In Beirut dürfen wir auch keinen bauen. In Sahar dürfen wir keinen Handelsposten bauen, den ich gerade sehen würde. Aber können wir Schafe erkriegen? Nein. Er ist nutzlos. Schon unterwegs. Al-Bassam. Also. Die Seuche in Damaskus ist besiegt. Sie werden nun mit mir Handel treiben. Der Mönch errichtet nun eine Apotheke. Gib Schafe. Alles klar. Die Pflanze ist gut bewachsen. Wir haben bei Bohrungen im Boden ein Wasser entdeckt und können nun eine helftende Hand gebrauchen. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist voll. Aber können wir zumindest handeln. Lässt sich hier ein Handelsposten bauen? Oder müssen wir dafür noch ein bisschen weitermachen? Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Gib mir zuerst mal die Schafe. Ein Schiff hat angelögt. Das bringt Güte von weit her. Steine und weitere Bogenschützen. Wie ihr wünscht. Gut. Nun, damit dieses Gebiet hier befreit ist. Schafe. Das Lagerhaus ist voll. Legen wir sie hier hinten schon mal an. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. So. Damit lässt sich dann auch besser an Kleidung machen. Nehme ich sowas hier. Das Schiff hat den Hafen wieder verlassen. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist voll. Wir wollen zumindest unsere Wolfversorgung ein bisschen angeschmissen kriegen. Das ist noch drin, bevor ich nach Aufnahmepause einlegen muss. Nicht will, sondern muss. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Das Lagerhaus ist einfach mit allem überfüllt, was wir nicht gebrauchen können. Ein Karren wurde ausgesandt. Einem Schafhirten mag es an Schafen fehlen, aber die Schafe sind unterwegs. Aber wo ist der Handelspostenbaupass, den ich vorhin gesehen habe? Seid ihr wirklich die Einzigen, wo wir einen bauen dürfen? Das wirkt so. Interessant. Interessant. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Oh Gott, der Minenarbeiter. Schweig. So, sobald die beiden komplett gefüllt sind, dann bin ich für den Moment zufrieden. Können wir hier noch einen weiteren Brunnen dazwischen klemmen? Setzen wir hier einen Hennen. Tun so, als wenn es von Anfang an der Plan gewesen wäre. Und wenn euch das Wasser im Brunnen ausgeht, könnt ihr immer noch da hinten hinlatschen und es euch da rausholen. Aus der Oase. Mit dem Brunnen haben die halt leicht kürzere Laufwege. Aus dem Spann wir uns so ein bisschen fruchtbaren Boden, den wir zum Beispiel für noch eine weitere Schaffarme oder ähnliches benutzen könnten. Wenn nötig. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ein Jäger, warum tust du das? Hier erstmal ausbauen. Und das muss ausgebaut werden. Übrigens weiter ausbauen. So, das letzte Schaf wird gerade noch hochgezogen. Näh. Ich denke, das ist so zufriedenstellend. Das ist so weitestand zufriedenstellend. Legen wir einen Spielstand an. So. Mord an der Seidenstraße wird gespeichert. Dann hoffe ich, dass in der nächsten Aufnahme nicht die Problematik gerät, dass wir hier die ganzen Meldungen nicht kriegen können aus irgendwelchen gottverlassenen Gründen. Aber ich habe gerade keine andere Wahl, als das herauszufinden. Weil die Folge gleich noch raus muss direkt. Deswegen ich mich direkt dran setzen muss, das zu rendern. Nein, ich wollte nicht jetzt schon auf Verlassen drücken. Egal. Liebe Gemeinde, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Viel Spaß und Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020